Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Runde CSGO Wingman mit Dardosh auf einer neuen Map also einer neuen Wingman Map wir spielen Vertigo erste Runde bei wem auf dem Kanal der jetzt kommt das wissen wir jetzt noch nicht aber auf dem anderen Kanal also jeweils anderen Kanal gibt es dann auch noch mal eine Runde Wingman deswegen schaut auch da vorbei und das ist jetzt erste Runde Vertigo rechts oder links links geht es nicht weiter wir können drüber fliegen der links drin im B ja bei B okay warte ich übernehmen Moment die sind hier hinter ich warte ich versuche einen Double Bounce das geht nicht der ist genau dahinten da ist einer hab einen tut mir der leid die Nate sollte da gar nicht gehen sie hat ihn halt voll getroffen alter war es eine Profi Nate ähm lass mal links hoch gehen direkt also hier unten bleiben und dann gibt's dann Boost Spot können wir direkt rüber gucken ich weiß nicht wie schnell die da sind ich höre sie schon rechts von uns okay pass auf hier direkt komm drauf ja ja ich bin da oh lol er hat auf mich gewartet er kommt alleine da hoch nee kommt er nicht glaube ich die Nate ist gut das ist auch diese Standard Pose ist echt geil hier aber die den Boost Spot dachte ich weil der ist so den hat man direkt gesehen aber die haben das schon häufiger gespielt er hat auf mich gewartet ah Profis scheiße oh no 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 ja wir könnten hochnähen wenn wir unten gehen oder? ja stimmt er kommt da um die Ecke also so und jetzt? ja und so ne ne ja meine war ja er ist boostet Low and Buy 40 die Bombe liegt da bei mir bei der Leiche Das war der andere, oh, das war der Oh, er kam sogar von da Ich dachte, schnell Ich habe dem ersten so wenig Damage gemacht am Anfang Ich kann droppen, kauf nicht Oh shit, ein bisschen verrechnet Oh, Moment, hier ist noch ein Weg Ne, hier geht es aber nicht lang Wie schnell kann man von hinten angreifen Der ist Smog, könnte gut sein Hinter den Barrels, vor dir Da ist er auch, genau Komm schon Okay Kannst du wieder was legen? Ja, klar Nein Ne, ne, Deagle Du könntest durchflaschen hier Ja, ich habe es gesehen Nein, Achtung, Flash Raus geflasht Mega sick Du kommst, glaube ich, alleine hoch Ich smoke da Der ist rechts, er nimmt den Smog hier Du kommst echt alleine rüber Als Verteidiger Ne, ist ja gar nicht Ne, ne, es gibt immer nur einen bei Wingman Hä, hat der keine Empfieger? Ich glaube, der hat wieder nur mit Piste gespielt Hat der ja die Runde der Fahrt auch schon, oder? Verrückter Bengel Nochmal, soll ich oben nochmal rausflaschen? Ja Ich kaufe mal eine Waffe Meinst du, er ist closed schon hier? Wie früh kann, ich kann hier schon Ich habe gesmogt Ich glaube, er war blind Ich flasche auch nochmal was Sag mal, wenn die flasche geht Oh, so kam die Okay, okay, alles gut Eine neue Smoke geworfen Klob Echt? Oh Leute, da war eine Ecke Ich hatte gerade In welcher saß er? Direkt links um die Ecke Ah, okay, okay, okay Eine Ecke? Ja Erstmal drauf klarkommen hier Auf dem Map Ja, das ist ganz interessant Also neue Maps sind ja immer schön Ja, auf jeden Fall Vor allem cool, dass sie den Modus noch gedacht haben Finde ich gut Von oben er war bewusst einer auf jeden fall dann beide schon beide schon geradeaus rechts ja dann weiter hinten hinter links letzte ne 3 4 4 4 oben ist glaube ich besser wenn die keine utility mehr haben dann können wir da ganz gut durchkommen ich habe noch eine flash close keiner da stand er ne ich habe sie schon von hinten pushen cd base zwischen a und b da ist auf dem spot da kam nämlich hat die fläche ich wollte geradeaus durch in die base hätte nicht gedacht er schon ein pusht ok unentschieden aber eine interessante map auf jeden fall jetzt bin ich mal gespannt ist ct oder t angenehmer ich glaube echt wie weit hinten spawnen wir wo bin ich ich habe flash smoke ich habe eine nade ich gehe mal treppe da ist der boost ja oben das gibt es nicht nice shot er steht dazwischen zwischen den geräten oh schön pfuch schön gespielt ich muss mich erst mal einspielen ich habe die ganze Zeit so chillig gespielt ja das ist halt kein dodo auto chess ne ist ein bisschen schneller hier naja ich will jedes mal da hinlaufen ich will jedes mal da hinlaufen hast du den boost im oh nevermind bomb is down anderes bei mir ne ich weiß nicht wie schnell die sind dadurch dass es noch nie passiert ist dass wer gerusht ist weiß ich nicht wie bei ihr nach vorne gehen kann dann machen wir das so dass ich jetzt da hingehe und dann runter modi oder so ich weiß halt nicht wie klug dass es sich der wohin denn auf die stairs also ich könnte ja direkt zum boost das schaffst du doch nie oder zeitlich ich bin jetzt da also ich höre ja hier oh ok einer links mit der AK einer ist raus down der ist auch bei dir ja seh nicht auf die barrels darf ich nicht ok bei mir flash mach klar all right that's a negative that's the way we do it we do it Ich hab meinen. War bei dir einer oder hast du nur so geschossen? Der ist glaube ich links in der Ecke, der ist glaube ich, ja, what? Okay, 40 HP. Hat meine AKS-Boost glaube ich. Er liebt einfach Shiki und geliebt, weil der Spiel ist nicht zu Ende. Weißt du, auf der anderen Seite hätte ich ja gehört, wenn er plantet. So, wenn er aufs Bot gegangen wäre, hätte er geplantet. Abandoned, er hat sogar abgebrochen. Bei mir. Ich werd vom Bot gekillt. Ne, doch nicht. Auf dem Kanal von Dardos gibt's nochmal ne Runde Vertigo, also schaut euch die auf jeden Fall auch an. Gern einen Like anlassen. Ich bin Supreme. Ich hab noch ein, ich brauch noch ein Match. Oh, dann seht ihr bei Dardos welchen Rang. Bis dahin macht's gut. Ciao. Tschüss.